Ja, und äh, damit herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Hündchen Minecraft. Und, joa, ich blende mal kurz das hier aus. Wie ihr seht, spielen wir heute wieder die Hunger Games. Sehr schön, hier in der 1.3 leider nicht die Textrunden Honeyball. Ich denke mal nicht, dass die für die 1.3 schon draußen sind, aber dennoch wirklich, äh, betrachtenswert. Auch hier die neuen Kakaobohnen, habe ich ja alles schon in der neuen Version vorgestellt, aber sehr schön. Freue ich mich auch, dass die schon auf der 1.3 sind. Aber wirklich schöne Aussicht, so. Trotzdem stelle ich mal kurz bei Optionen, ähm, Grafikeinstellungen. Die Sichtweite auf Normal, damit wir, ja, 12 FPS haben. Mhm. Damit es nicht ganz so ruckelt. Das ist echt, also, bei Minecraft frage ich mich echt manchmal. Bei anderen Spielen habe ich bei Portal oder so, habe ich zwar auch nur 12 FPS. Naja, es geht. Es ruckelt nicht zu, aber mein PC ist auch nicht der Beste. So, wir schauen mal auf den Chat. Äh, hallo? Hallo? Joa, da oben stand mal 3 Minuten noch, bis es losgeht. Und ich habe hier ein bisschen zu oft spawnen, ähm, eingegeben. Das heißt, ich befinde mich irgendwo, aber irgendwo in nirgendwo. So, wieder spawnen. Ah ja, schön. Schneelandschaft. Wieder spawnen. Hallo? Ah, guck mal. Ja, komm, da bleiben wir. Wieder schön aus. Hier. Guck mal, da ist auch jemand. Da hinten war jemand. Da ist jemand. Da ist sogar ein Baum. Und da ist, ah joa, äh, mit Hef. Warum mit Hef? Der ist auf Stufe. Lol. Ja, da sind wir ja beim ersten Mal dringend gestorben. Hallo, warum hast du Diamantrüstung? Und wie komme ich jetzt wieder aus dem Loch raus? Lass mich aus dem Loch raus. Ach, das ist sein Skin, oder? Ist das sein Skin? Wahrscheinlich schon. Ha, Penner. Hast mich verarscht. Und tschüss. Hm, wir sind mitten im Nirgendwo. Und der Wettkampf sollte gleich losgehen. Wie ihr wisst, natürlich wird erstmal ein bisschen... Ach, guck mal. Ach, guck mal, ich bin, glaube ich, wieder am Spawn. Kann das sein? Ich weiß nicht. 30 Sekunden statt es, äh, statt es ist. Wir brauchen Bäume, Bäume, Bäume. Alles, was geht's in Bäume. Dann verkriechen wir uns. Und ich hab auch, ähm, einen Tipp erhalten. Und zwar, nach einer Weile sollen am Spawn Kisten, ähm, ausgeteilt werden. Und ich soll mich einfach in einer Höhle verschanzen und mehr Eisenrüstungen machen. Dann zum Spawn laufen. Und schnell die ganzen Sachen einsammeln. Und eventuell versuchen wir das heute auch so. So, los geht's. Hallo, hallo, ja. Ja, hallo, ja. Komm, ich nehm mir hier den nächstbesten Baum. Hallo, Baum. Ja, ich prügel dich kurz windelweich. Hä, wo ist mein Holz? Ei, hä? Holz? Oh, cool. Ah, guck mal. So. Äh. Ich nehm mal genug Holz mit. Hallo? Leck nicht so. Hallo? Oh Gott. Wo ist mein Holz? Leute, das ist nicht so cool. Ich will mein Holz. Hallo? Jetzt sammeln doch hier mal und hier. So. Schön. Vier Stück Holz. Und jetzt noch schnell hier etwas Stein. Bevor uns hier die Deckhaufenkopf fällt. Und dann nicht sie weg von hier. Äh, ja. Bug. Nein, 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 nein. Buggy. WTF ist das Buggy. Oh, das geht's doch nicht. Buggy, buggy, buggy. So, in einer Minute wird es starten. Das heißt, wir machen uns hier mal schnell ein bisschen Holz. So, und jetzt, äh, schnell ne Crafting Table. Los, los, los. So. Und hier und Holzdinger und das. Und das und das. Und Steinschwert. Sehr schön. Jetzt nichts wie weg hier. Oh Gott, ich hab schon wieder Herzklopfen. Weil ich hier gar nicht... Ja, klasse. Hier ist schon was explodiert. Äh, ich schwöre mal. Ach, guck mal. Ne Insel. Wir sind gerettet. Ne Insel. Juhu. Hallo Krake. Krake, bist du mein Freund? Oh, nee. Ach, guck mal, da ist ne Insel. Hm, hab ich gar nicht gesehen. Ich glaub, ich hole mir jetzt nochmal den... Ach, ich hab so Angst. Hier sind so ein Haufen Leute. Ich muss jetzt mal aufpassen hier. Verdammt, ich hab schon Hungerding verloren. Nicht so gut. Los geht's. Oh, damen. Oh, damen, damen, damen. Okay, okay. Wir sind unter den Top 140 Leuten hier. Wir sind übelst die Pro. Übelst, übelst. Hallo. Oh Gott, Leute, ich hab Angst. Okay, die rennen alle mal nicht in unsere Richtung. Ich hoffe, da kommt auch keiner. Hallo. Da komm, ich brauch Holz. Holz, 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 Holz. Wenigstens noch eins. Ach, guck mal, ich seh den Player. Hä, Holz? Hallo, Holz. Jo. Äh, ah! Ich hab was gehört. Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Achso, da bin ich. Okay. Ich sollte nicht unbedingt vor mir selbst Angst haben. Nichts so ratsam, nee. Da könnte man dann doch glatt Angst kriegen. So. Hier ist niemand dann... Na doch, da hinten ist ein Name. Das sind sogar zwei. Ich glaub, da ist jemand mit dieser... Äh, hat sich jemand in dem Berg hier gebaut. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall hab ich hier ziemlich arg Angst, dass uns von hinten jemand angreift. Aber ich seh da vorne ein paar Namen. Eventuell ging mir jetzt den mal entgegen. Eventuell ist da auch eine Höhle. Mich nervt jetzt bloß wieder das Interface hier, weil ich dann die Scheiße nicht seh. Hallo. Ja, hallo. Oh mein, hab ich Angst. Äh, hallo? Wo? Ach, guck mal. Der rennt auch weg. Hm. Was? Hab ich da? Jeff? Ich hab doch grad grad einen Spieler gesehen. Oder war das Buggy? Hallo? Oh Gott. Leute, ich fühl mich nicht so ganz sicher. Könnte das sein, dass da oben jemand ist? Ich will jetzt nicht gleich drauf gehen. Wenn nicht, mach ich nämlich noch eine zweite Session. Hallo? Gott, hab ich Angst. Ich piss mir in die Haus. Ah. Ah, da ist jemand. Okay. Er hat nur ein Holzschwert. Ah, Buggy. Buggy. Ist der tot? Oh mein Gott. Bei mir bugt alles. Oh mein Gott, bei mir bugt's. Ey, ich hab jetzt hier. Komm. Komm her. Ja, wegrennen. Na, komm her. Komm her, komm her, komm her. Jawoll. Oh, Herzklopfen, Leute. Herzklopfen, Herzklopfen, Herzklopfen. Das war ja mal wieder in allerletzter Sekunde. Und jetzt erstmal hier schön verschanzen. Weil dort unten, oh nein, ist da hinten ein Spieler. Oh Gott. Äh, ich hab ein Crafting Table. Oh Gott, Alter. Wer pumft gerade das Herz? Das ist ja abartig. So. Das war jetzt auch nicht der beste Start irgendwie. Da hinten ist der Spieler. Das gibt's doch nicht. So. Äh. Was wollte ich machen? Oh mein Gott, da gucken wir uns zur Nähe. Nein, nein, nein. Komm. Essrohes Fleisch. Essrohes Fleisch. Das tut auch gut. Hauptsache, du werden dann ärrierst dich. So. Hallo, du Spieler. So, bevor du jetzt in meine Nähe kommst, mach ich mir hier einen schönen Ofen. Und Leute, ich hab echt Herzklopfen. Das glaubt ihr nicht hier, wie mir das Herz gerade bummert. So, ich seh dich noch, Spieler. Ach ja, sehr schön. Jetzt kriegen wir hier auch Erfahrung. Das ist ja auch was Schönes. Hier, Erfahrung, Erfahrung. Verklötze abbauen. Hätte ich auch gern in der realen Welt hier. So, jetzt machen wir uns hier schön ein bisschen Fleisch. Tun wir dem anderen Spieler danken. Und da hinten hat sich da vielleicht jemand verbrüdelt oder so. Keinen blassen Schimmer. Okay, ich glaub, ich geh jetzt mal da hin. Ach, guck mal. Hallo. Der hat sich... Der hat sich wahrhaftig... Da unten... Ist der drin. Okay. Hä? It have. Oh, was will denn, geht er hin? Hallo. Hallo. Wo? Was? Hallo? Was macht der? Komm her. Nö. Du gehst jetzt nicht weg. Was machst du? Hallo. Buggy. Alles Buggy drum. Hallo? Jeff? Was macht der da unten? Hallo? Angriff der Killer-Schwadron. Sehr schön. So. Ach, Eisen. Perfekt. Dankeschön. Das läuft doch hier hervorragend, finden wir nicht? Also hier, schön. Bisschen Zuckerrohr. Und jetzt noch Eisen. Zwei Stück. Perfekt. Können wir uns einen Eisenschwert machen. Und Essen haben wir unten. Also haben wir einen anderen Ofen. So, noch ein bisschen Erfahrung abgestaubt. Und kann ich da raus? Nee, lass mich nicht raus. Geh weg. Geh weg, du Doberklotz. So. Ich wollte heute eigentlich Minimum zwei... War da jemand? Hallo? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab doch... Ach, was. Verdammt. Ich bin in der falschen Höhle. Verdammt. Ich weiß nicht mehr, wo meine ist. Da ist jemand. Sehen doch. Hallo. Ich hätte mir vielleicht doch eher vorher mein Eisenschwert machen sollen. Naja, ich hab Essen. Hast du auch Essen? Hallo. Ich weiß nicht, was die alle so denken, aber warum sollte ich die nicht angreifen? Hallo? Was macht ihr denn alle für Scheiße? Hahaha. Oh mein Gott, wie geil. So, jetzt müssen wir nur noch unsere Höhle finden. Das hier ist sie nicht. Hm. Komisch. Wo im Himmels Willen ist unsere Höhle? Da war Fleisch. Nein. Hör ich nur uns? Okay, ich hör nur uns. Also ich bin total paranoid gerade. Aber sehr schön. Einige Sachen haben wir dabei. Vielleicht hat er was zu fressen. Ja, natürlich nicht. Alles haben sie dabei. Bloß nicht zu fressen hier. Klasse. Kacke, ey. Die war doch ganz in der Nähe. 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 Können sie das hier sein? Das hier müsste es sein. Ach, perfekt. Hallo, Höhlenchen. Ich hoffe, du hast uns was zu essen mitgebracht. Ach, danke schön. Ich glaube aber, da fehlt eins. Kann das sein? Nee, ich glaube nicht. So. Machen wir uns doch schnell ein Eisenschwert. Dann sind wir doch hier mal schön vorbereitet. Findet ihr nicht? Achso, ich habe noch Stiggis. So. Hahaha. Sehr schön. Oh Gott. Ich zitter am ganzen Leib. Das ist ja nicht sehr schön. So. Auf in die Jagd, meine lieben Freunde. Wir wollen sie. Wir kriegen sie. Wir sind sie. Die Elite-Truppe. Die, die es drauf haben. Die, die es können. Wir sind. Ähm. Ja, Minecraft-Spieler. Hallo, Hundi. Hallo. Hab ich Knochen? Oh. Aber ich habe einen neuen Kompass. Ich glaube, der eine Typ hat viele schon getötet. Ja, wir sind jetzt unter den Top-30-Spielern. Äh. Ich hole mal kurz hier meinen Kompass raus. Ich zitter immer noch am ganzen Leib. Wo müssen wir denn in welche Richtung? Wir müssen in diese Richtung. So. Und ich mache mal gerade hier mein gebranntes Fleisch auf das hier. Wir müssen in diese Richtung zum Spawn. Ich denke mal, da gehen wir hin. Und lassen uns am besten von keinem Spieler erwischen. Denn nur wir erwischen sie. Also irgendwie haben sie echt keine Gegenwehr geleistet. Ich glaube echt, sie fahren da ein bisschen. Wow, 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 wow. Wow, wow. Na, scheiße. Ach, das ist jetzt. Mr. Mormor. I'm a Mr. 2 and you don't have to touch me. That's not so fair to touch me. It's not the best thing to touch me. Touching is not allowed on this server. So, I have to, ähm, labering a lot of, because I have to do an other folk, a folk too. Yes, I have. Ja, scheiße was. Naja, wir waren unter ne Top, ich glaub sogar 20. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir gut. Jetzt hat auch das Herzklopf ein bisschen nachgelassen. Und ich glaub, ich nehm noch ne zweite Folge auf, weil das war ja nicht genug hier. Wir haben ja bloß ein paar Spieler hier genetzelt, vernetzelt, schnetzelt. Ja, aber ich muss jetzt noch ein bisschen labern, paar labern, noch ne halbe Minute. Ja, schön mit dem Eisenschwert hat er uns gekillt. Wir hatten auch eins, aber von hinten, ich hätte doch was fressen sollen, nicht denn? Naja, was soll man machen? Der hat uns jetzt getötet. Eventuell finden wir ja auch noch ein NPC-Dorf, wo wir handeln können, aber ich glaub mal ehrlich. Aber damit ihr den Bildschirm ja nicht weiter ertragen müsst, sag ich mal auf Wiedersehen. Und ich hoffe, ihr hattet so viel Herzraten wie ich, denn ich hatte Angst um einen Herzinfarkt. Oh Gott, da hätte ich vom Krankenhaus aufnehmen müssen. Ach, und jetzt hab ich 16 FPS, aber was beim Standbild? Ach, nicht auf Webs. Ciao.